hallo leute willkommen zurück zu einer weiteren let's play folge minecraft im zwangreich ja wenn ihr zugeschaut hat was wir letzte folge gemacht haben wisst ihr wir mit dem wehrgang hier angefangen dann machen wir jetzt mal schnell weiter wir brauchen steine deswegen würde ich sagen dann verbreitern wir den jetzt einfach mal und dann gleich und zieh steine mit und schmelzen die noch mal ein dass wir unseren guten stein kriegen wo was auch aussieht wie eine mauer deswegen mache ich das jetzt ja einfach mal schon mal weg dann haben wir auch schon mal so ein bisschen deko hier dran aber keine soll wir werden nicht alles aus stein machen den außenbereich werden auch stein mal vielleicht die großen die großen wie heißt es die großen tunnel werden vielleicht auch stein machen aber wir können auch uns mal belegen welchen stein wir später verwenden werden es ist halt die frage auf welcher höhe wir das machen machen wir es auf der höhe wie die mauer sowieso die frage zack zack das sieht besser aus dass die doch gleich viel besser aus könnten wir vielleicht sogar noch eine in der mitte weg machen so ja das hat schon was sagen wir gar nicht so viel stein um und schon wieder alle ok so das können wir auf jeden fall so lassen wir können jetzt erstmal hier hoch dann könnten wir uns mal sagen wir machen um hier so ein bisschen action reinzubringen lassen wir das auf der höhe sollen wir hier ein runter gehen oder wollen wir auf der höhe bleiben aber das ist mir egal wir machen ihn jetzt auf jeden fall erstmal ein bisschen breiter gut die ist kaputt schaufel habe ich natürlich keine mehr dabei ich bin auch ein held man keine schaufel mehr dabei egal wir haben auch wieder ein bisschen stein da können wir gleich mal gucken können wir den stein gleich mal wieder bisschen aufteilen in unseren öfen rein schmeißen dann müssten wir fast meiner nächsten folge mal in unsere große höhle mal wieder und ein bisschen so zack die bleibt da in den zwei schrauben mit haben wir mal wieder bisschen kohl als haben wir das steinig reingespannte ist nicht so schlimm bisschen kohle reinschmeißen ne das sieht nicht schön aus da müssen wir ein stein wieder reinsetzen das sieht nicht schön aus leute das ändern wir auf jeden fall noch zack 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 so wir machen ihn erstmal das hier weg hier kommt ja der zack 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 da machen wir den auch wie viel bereit ist der 123 dann machen wir den auch drei also 5 1 2 3 4 5 jeder wohl 1 2 3 4 so breiten machen wir ihn auf jeden fall das ist eine schöne bereite das heißt dann können wir jedes erstmal abgeraben auch noch weg die erde weg das auch gleich natürlich ein bisschen das kommt natürlich weg da hier auch noch stein hinkommen kann das auch gleich schon mal mit weichen breiter dürfen wir nicht das ist der weg aber einen runter können war das ist gut dann können wir jetzt verbreitern wir haben gesagt 5 den müssen wir auch noch weg machen weil hier kommen wir auch noch mal steine wir werden das ding jetzt nicht komplett leer machen weil hier kommen wir noch steine rein die normalen deswegen können wir lassen wir das so hier kommt auch noch weg die müsste ich auch noch weg kommen was machen wir dann so 1234 ich gehe noch mal schlafen leute und dann bringen wir gleich noch mal die steine rein sonst wird es wieder zu dunkel für euch ich weiß dass deswegen immer schnell schlafen so und darunter und ab unser schlafgemach schlafen guten morgen liebe sorgen seid ihr auch schon alle wach so kommen auch teilen euch mal auf zack und zack sehr schön da brennen die öfen schon wieder zack hoch hoch langsam mit unser und so bock ist ja eigentlich alles noch eingangs bereich aber was mich an kurz dass das nicht parallel ist ich glaube wir hätten den hier hinsetzen müssen aber das nicht so schlimm es muss ja nicht alles genau parallel sein deswegen passt das schon deswegen passt das schon wir lassen das so hier machen wir die stein mal genau und hier ab hier fünf eins zwei drei vier fünf so jetzt bis nach vorne graben und dann haben wir genau alles was weg muss es ist gleich herauskommen ist schon bestimmt für euch sehr dunkel hier sind wir draußen alles weg auf der höhe auf der höhe muss alles weg hier entsteht dann der nächste wehrgang ok alles weg ich weiß gar nicht die könnten auch so ein bisschen unterm in berg reinbauen da brauche gar nicht bis oben hin alles weg so dann noch mal zack 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 auch weg so die machen wir jetzt mal kaputt hier noch mal schon mal alles weg hier ist er hat viele schöne steine kriegen wir die brauchen wir ja wieder zack 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 so wenn wir mal so ein bisschen hoch weg kram ein bisschen an luft kommen das kriegen wir schon nicht weg das lassen wir erst mal da das müssen wir auch mal da so viel erde es müssten euch gleich ankommen ja weiter das war's schon so steine kloppen erstmal weg das gleiche müssen wir noch mal auf der anderen seite machen so schön das hier mal angucken unser werk ja das muss noch weg hier kommen auch noch steine hin sehr schön so die seite weg ich glaube nicht dass er bis nach oben kommt dann lassen wir da die erste schicht stehen nämlich so das kann der kommt auch noch weg den rest lassen wir erst mal hier so stehen das kann ja so ein bisschen untermauert sein so jetzt müssen wir mal gucken die erste mal hier zwei zwei frei bei den dritten oder 12 beim dritten die mauer 12 also hier die mauer also müssen wir hier wieder reingaben haben wir hier mal wieder rein müssen wir gucken dass wir nicht zu weit kamen die reihe gut zu weit kamen können wir nicht wir gehen ja sowieso noch den tunnel mit den großen stein rein ihr wisst was ich meine so einmal nach oben alles weg dann gehen wir gleich nochmal nein nur steine so sehr schön dass es gleich ein bisschen weg hier jetzt noch die erde weg alles weg so hier kommen wir gar nicht rüber auf der seite 1 2 3 müssen wir gleich noch mal genau gucken das sind so das ist 23 4 5 eigentlich moment sehen wir mal das ist nochmal 2345 genau gehen wir mal ein bisschen rein machen wir das hier mal weg machen wir das hier mal weg und schon die nächste spitzhacke kaputt Die nächste Schafel ist auch gleich kaputt. Hier haben wir uns reingegangen, dann muss das auch weg. Kann ja keine Erde über unseren Werk angehen, du kommst auch weg. So, zack, sehr schön, haben wir auch, aber nicht weiter als die. So, die noch weg. So, dann können wir mal alles hier aufheben. Und dann laufen wir mal schnell noch mal gucken, ob ein paar Steine fertig sind. Aber wir sind schon wieder am Ende der Folge, ne Leute. Das geht so rockzuck, das geht so ratzfatz. Wir gucken jetzt noch mal schnell, ob ein paar Steine fertig sind. Zack, zack, zack. Ja. Ah. Da können wir schon wieder die Hälfte reinschmeißen. Nächste Hälfte. Nächste Hälfte. Ah, hier haben wir keine Kohle mehr. Komm, hauen wir die halbe Kohle da rein. Komm, die Kohle können wir auch reinhauen. Sehr schön. Machen wir den Inventar mal ein bisschen auch leer. Äh, so macht man das. Zack, zack, zack. Das kann auch rein. Sehr schön. So Leute, aber die Öfen brennen und ich würde sagen, wenn die Öfen fertig sind, haben wir bald wieder jede Menge Steine und dann können wir bauen ohne Ende. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns in einer weiteren Let's Play Folge Minecraft. Auf Wiedersehen. Tschüss.